Macht euch bereit für eine aufregende Wendung in der Geschichte von Stefan Leiner, dem furchtlosen Rechtsverteidiger von Borussia Manchengladbach. Nach seiner harten Krebserkrankung wurde eine unerwartete und mutige Entscheidung getroffen. Bevor wir in dieses außergewöhnliche Kapitel eintauchen, lade ich euch alle ein, euch auf unserem Kanal anzumelden, um keine Details aus der exklusiven Welt des Sports zu verpassen. Nun zurück zu Stefan Leiners beeindruckender Reise. Nach der Diagnose eines Lymphknotenkrebses lehnte der Spieler ein einzigartiges Angebot ab, den sogenannten als Sicherheitsvertrag, den Borussia Manchengladbach ihm unterbreitete. Ein Angebot, das auch nach Saisonende Stabilität hätte bieten können. Stefan Leiner entschied sich jedoch für einen anderen Weg. Nach seiner Genesung und Teilnahme am Freundschaftsspiel gegen Deventer entschied sich Leiner, seine Entscheidungen bezüglich seines zukünftigen Vertrags zu vertagen, bis er wieder auf dem Platz steht. Eine mutige Haltung, die sein unerschütterliches Vertrauen in die Genesung und Rückkehr nach Gladbach widerspiegelt. Wenn der Rechtsverteidiger in der zweiten Hälfte der Saison wieder auftritt, wird dies nicht nur seine Vertragsverhandlungen stärken, sondern auch den wachsenden Trend unterstützen, dass Stefan Leiner dem Fohlenelf treu bleiben wird. Verfolgt jeden Moment dieser aufregenden Geschichte. Vergesst nicht, euch auf unserem Kanal anzumelden, um über alle sportlichen Aktualisierungen auf dem Laufenden zu bleiben. Und jetzt, kommentiert unten, welche aufmunternden Worte würdet ihr Stefan Leiner in diesem entscheidenden Moment seiner Karriere mitteilen. Wir freuen uns auf eure Antworten.